Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mit diesem Video gehen wir der Frage nach, welche Computerarten es gibt. Was ist aber überhaupt ein Computer? Computer werden auch als Rechner- bzw. elektronische Datenverarbeitungsanlagen bezeichnet. Man möchte mit Hilfe von Computern Probleme lösen. Die dafür vom Computer ausgeführten, endlich genau vorher festgelegten Lösungsschritte werden als Algorithmus bezeichnet. Computer verarbeiten mit Hilfe von Programmen bzw. Rechenvorschriften Daten. Im Laufe der Zeit wurde die Hardware der Computer immer leistungsfähiger und zunehmend kleiner. So sollte beispielsweise die sogenannte Analytical Engine von Charles Babbage 19 Meter lang und 3 Meter hoch werden. Heutige Computer bestehen aus einer sogenannten Zentraleinheit, die wiederum besteht aus einem Hauptprozessor, einer Hauptplatine, Hardware-Schnittstellen und Peripheriegeräten wie zum Beispiel im Monitor und der Tastatur. Hier zum Personal Computer. Der Begriff PC wird seit den 1970er Jahren verwendet. Ein PC wird zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von einer einzigen Person genutzt. PCs sind je nach vorhandenen Bauteilen, also der Hardware und verwendeten Computerprogrammen, der Software, unterschiedlich leistungsfähig. PCs werden aufgrund ihrer Größe meistens am gleichen Arbeitsplatz verwendet, im Gegensatz zum Beispiel zu Notebooks. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Bauformen eines PCs und so werden unter anderem die folgenden Arten unterschieden. Erstens Desktop steht auf dem Schreibtisch, dem Desktop und hat eine liegende Bauweise. Eine andere Bauweise ist der Tower, das ist dann die stehende Bauweise. Notebook oder Netbook. Ein anderer Begriff für Notebook lautet auch Laptop, vom englischen Laptop für auf dem Schoß. Laptops und Netbooks können aufgrund ihrer leichten Transportierbarkeit an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Netbooks sind durch ihre besonders kleine Bauweise noch transportabler als Notebooks. Beide Bauweisen ermöglichen mit ihrer mechanischen Tastatur ein Tippen mit dem Zehnfingersystem. Der Bildschirm ist beweglich und kann zugeklappt werden. Der verbaute Akku ermöglicht ein längeres Arbeiten auch an Standorten, bei denen keine Stromversorgung möglich ist. Netbooks erlauben in der Regel mit ihrem Akku ein längeres Arbeiten als Notebooks. Die Leistungsfähigkeit, also zum Beispiel Geschwindigkeit und Bildschirmauflösung, liegt zwischen den schnelleren PCs und den langsameren Tablets. Netbooks sind in der Regel langsamer als Notebooks. Notebooks sind in ihrer Anschaffung teurer als Netbooks, da leistungsstärkere Bauteile darin verbaut werden. Netbooks richten sich häufig an eine Käufergruppe, die wenig Geld in ein mobiles Gerät investieren möchten. Netbooks werden vor allem dazu verwendet, um einfache Office-Aufgaben zu bewältigen und einen raschen Zugang zum Internet zu ermöglichen. In der Regel haben die Nutzer zusätzlich einen PC zur Verfügung. Hier auf der rechten Seite sehen wir einen Größenvergleich von klein bis groß, von einer tragbaren Spielkonsole hin zu einem Netbook mit einem 10-Zoll-Bildschirm hin, dann lässt sich zu einem Notebook mit einem 13-Zoll-Display. Hier kann man sehr schön das große Verhältnis sehen. Nun zu Tablet-Computern oder Convertibles. Tablets. Die Bezeichnung Tablet kommt vom englischen Wort Tablet für Schreibtafel. Ein Tablet ist ein leichter, flacher und damit besonders tragbarer Computer. Tablets haben einen Touchscreen, der auf gezielte Berührungen reagiert. Im Gegensatz zur Notebooks hat das Tablet keine fest mit dem Gehäuse verbundene mechanische Tastatur. Es können mit Hilfe einer Bildschirmtastatur Texte eingetippt werden. In manchen Fällen kann an das Gerät eine zusätzliche Tastatur angesteckt werden, wie hier in dieser Abbildung. Es wird damit zu einem Convertible. Häufig verwenden Tablets Betriebssysteme, die insbesondere auch für Smartphones entwickelt werden. Jetzt aber noch etwas ausführlicher zu den Convertibles. Bei einem Convertible kann eine mechanische Tastatur fest mit dem Gerät verbunden werden, ähnlich wie beim Laptop. Der Bildschirm kann in eine Position gebracht werden, sodass das Gerät mit Hilfe der Touch-Funktion ähnlich wie ein Tablet bedient werden kann. Dies kann zum Beispiel durch Abnahme der Tastatur, Drehen oder Klappen des Bildschirms erreicht werden. Convertibles verwenden häufig Betriebssysteme, wie sie auch bei PCs oder Notebooks zum Einsatz kommen. Nun zum Smartphone. Ein Smartphone vereint unter anderem die Möglichkeiten eines Handys, also zum Beispiel zu telefonieren, mit denen eines herkömmlichen Computers, also zum Beispiel einfache Textverarbeitung, von Geräten, mit denen Medien abgespielt und aufgenommen werden können, also zum Beispiel Video- und Digitalkamera, GPS-Navigationsgeräten und einige Geräte noch mehr. Die meisten der heute verkauften Mobiltelefone in Europa sind mittlerweile Smartphones. Smartphones haben heute üblicherweise Touchscreens, die auf gezielte Berührung durch Benutzer reagieren. Smartphones sind für einen besonders einfachen Zugang zu den Diensten des Internets, wie zum Beispiel E-Mail-Verkehr oder das Aufrufen von Webseiten ausgerichtet. Daten und Dateien, die auf Smartphones hinterlegt wurden, werden immer häufiger in einer sogenannten Cloud gesichert. Es handelt sich dabei um ein über das Internet errechenbares Rechenzentrum, deren Computer auf die Speicherung und den Abruf enormer Datenmengen ausgerichtet sind. Smartphones verwenden häufig Betriebssysteme, die speziell für den Einsatz auf diesen Geräten oder Tablets entwickelt wurden. Programme, die auf Smartphones installiert werden, werden häufig als Apps bezeichnet. Diese Apps werden in der Regel über das Internet von sogenannten Stores, also Internetportalen, heruntergeladen. Viele Angebote dieser Stores sind kostenpflichtig. Hier zum Abschluss noch ein Verweis auf die verwendeten Grafiken und Unterlagen.